Können Sie sich noch erinnern, als uns die Sozialdemokratie die sogenannten Wohnzimmertests als großen SPÖ-Erfolg verkaufen wollte? Die am Parteitag gedemütigte, noch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner twitterte damals, die Wohnzimmertests sollen als Zutrittstests gelten. Und heute? Heute ist alles anders. Der grüne Pass tritt mit Donnerstag EU-weit in Kraft. Wer sich davon aber eine einheitliche Regelung erwartet hat, wird bitter enttäuscht. Wien zeigt vor, wie man zum Schaden der eigenen Bevölkerung eigene Wege bestreitet, denn der von der SPÖ gefeierte Wohnzimmertest ist in der Bundeshauptstadt als Zutrittstest nicht mehr anerkannt. Damit wurde ein weiterer Schritt in Richtung Zwangsimpfung gesetzt. Die Auswirkungen der SPÖ-Geisterbahnfahrt auf die Wiener Wirtschaft werden von einem immensen Ausmaß sein. Gerade jetzt im Sommer werden die Leidtragenden vor allem junge Familien und klein- und mittelständische Gastronomiebetriebe sein. Ebenso werden Wiens Freibäder darunter leiden, dass nun sogar schon Sechsjährige ein gültiges 3G-Zertifikat beim Eintritt vorweisen müssen. Die vermeintliche Erholung vom schulischen Masken- und Teststress wird so von der SPÖ zunichte gemacht und der Psychoterror an unseren Kindern geht weiter. Und knapp 60 Positivtestungen pro Tag können wohl keine Grundlage für hunderttausende Massentests mehr sein. Kritik kommt von der SPÖ und ihrem Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Schluss mit diesem sommerlichen Corona-Wahnsinn. Das haben sich die Wiener Bevölkerung, die Wiener Wirtschaft und vor allem die Jüngsten unserer Gesellschaft definitiv nicht verdient.